Terrapest im Teneto, Salo Sigma Neto und willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Sinclair Night Talk. Und ich sage immer, dass ich mich über meine Gäste freue und das stimmt auch immer, aber diesmal freue ich mich ganz besonders, denn es hat endlich geklappt. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Kathi Karrenbauer ist da. Du wirst ja süß. Was für eine Anmoderation. Also ich bin gerade total gerührt, kann leider jetzt nicht weitermachen, ich muss gehen. Tja, das war's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Abend. Kathi, John Sinclair, als ich gehört habe, dass du Jane Collins sprechen wirst, also dass du die Rolle von Jane Collins übernimmst, habe ich einen Moment überlegt und ich weiß noch, das erste Wort, was ich dann dachte, war genial, weil es gibt eigentlich rückblickend, ich weiß nicht, keine andere Person, aber ich finde, du bist einfach die absolute Idealbesetzung für, also Jane Collins, nicht nur für Jane Collins, sondern auch, weil du trittst ja oder bist in sehr große Schuhstapfen, Fußstapfen sagt man glaube ich, Genau, Schuhstapfen sind falsch, Fußstapfen, ja, in sehr gut getreten, nämlich in die von Franziska Pigula. Richtig. Wie war das für dich, hast du den Anruf bekommen, wie war das, wie hast du das Angebot bekommen für Jane Collins? Also der Vorlauf war ein bisschen anders, ich hatte ein Casting bei Bastei Lübbe und da ging es um was ganz anderes, es ging nämlich eigentlich um die Besetzung von Cody McFadden und Smokey Barrett. Da kommen wir auch noch drauf. Und da beginnt eigentlich meine Geschichte mit Bastei und ich habe dann hier das Casting gemacht, das war sehr lustig, weil ich habe Sachen gesprochen. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie so Cody McFadden, wer die Romane kennt, lustig sind sie nicht, sagen wir mal so. Aber das Casting war lustig, weil es ging auch um Hedwig Kurzmaler und um andere Themen und ich dachte aber, ich muss die irgendwie davon überzeugen, dass ich Smokey Barrett bin und sein kann und sein will und sein werde. Und dann sagte Marc Sievers, der damals ja noch hier war, sagte Daniel, dann fangen wir mal an mit einem leichteren Text und ich so, hä? Und er so, ja, dann machen wir mal Hedwig Kurzmaler und Hedwig Kurzmaler ist ja schwelgen und schweben und ach mein Gott. Und sie kam vom Berge und da sah man den Zug herabgleiten und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich biss mich da durch, ich finde es auch eigentlich schön, weil ich es auch kann. So, und dann kamen wir zu Smokey Barrett und ich saß da und sagte, jetzt aber, jetzt, ich will das unbedingt, ich muss das sagen, ich will das unbedingt. Und die so, ja gut, dann mach doch mal. Und dann habe ich es gelesen und ich war so, ich war in meinem Element. Und ich mache einen kurzen Sprung, vielleicht, weil du später noch dazu kommen möchtest. Wir haben Zeit. So, dann wurde ich also Smokey Barrett und diese Reihe startete mit mir. In den Hörspielen? In den Hörspielen. Und ich habe mit Douglas Weber zusammengearbeitet und es war ganz toll. Und in dieser Zeit, als wir in Hamburg aufgenommen haben, da ging es um eine Figur, eine Hexe in John Sinclair. Und ich kannte natürlich, weil, ganz lange in Köln gelebt, ich kannte natürlich die Sinclair-Reihe. Ich kannte auch Dietmar Wunder und Martin May, der ja ganz am Anfang von Hintergittern tatsächlich Folgen auch geschrieben hat für Hintergittern. Und dann dachte ich, wow, wie toll und so. Und das sind ja die wichtigen Figuren in Sinclair. Jetzt darf ich dabei sein. Und dann sprach eben diese Hexe. Und Dennis machte Regie und das war alles toll und ich freute mich. In einem Hamburger Studio. Und dann kam die Geschichte um Franziska. Franziska Pigula kannte ich auch. Eine sehr hochgeschätzte Kollegin, die ich immer ganz, ganz toll fand. Ich fand die Stimme immer toll. Aber sie eben auch. Und wir mochten uns sehr. Und dann ging es darum, dass Franziska ja sehr krank war und nicht kommen konnte. Aber die Sinclair-Reihe ging natürlich weiter. Und man hatte ihr das angeboten, trotzdem weiter zu sprechen. Aber es war nicht möglich, weil sie schon so schwer krank war. Und dann habe ich gesagt, ich finde es schön, wenn ihr sie fragt, ob sie einverstanden ist, dass ich das mache. Und ihr Mann hat sie dann gefragt. Und sie hat ihr Okay dafür gegeben, dass Kathi Karrenbauer ihre Jane Collins übernimmt. Und das war nicht nur eine große Ehre, denn Franziska war eigentlich wirklich, ich muss das so sagen, auf dem Totenbett, hat sie entschieden, dass ich das sein darf. Und das war für mich wie ein Ritterschlag und ich war sehr dankbar. Und ich habe das dadurch natürlich auch versucht, mit sehr viel Würde zu übernehmen, obwohl ich die Figur kaum kannte. Und so bin ich dazu gekommen und ich freue mich, dass sie mir diese Aufgabe hat zukommen lassen mit ihrer Zustimmung. Puh, das ist emotionaler, als ich diesen Talk eigentlich anfangen wollte. Aber das ist ja quasi, wie nennt man das, die Staffel? Den Staffelstab übergeben hat, das hat sie gemacht. Die Flamme von Jane Collins, weil Franziska natürlich auch, und ihr habt halt auch eine Ähnlichkeit gehabt in der Stimme. Definitiv, Franziska hat ja auch diese etwas tiefere Stimme gehabt und sie war halt einfach auch so diese, sie hat halt Jane geprägt über Jahre hinweg. Und sie war ja auch die Sprecherin von Gillian Anderson, also von Scully in den X-Files. Und das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr schwierig, sich jetzt Sachen anzugucken von Gillian Anderson, wenn man jetzt The Crown sieht zum Beispiel. Ja, ganz andere Stimme. Margit Thatcher spricht. Ich meine, das ist natürlich sowas, ist natürlich, aber das war auch nie zur Diskussion, stand nie zur Diskussion, dass du auch ihre Synchronsachen übernimmst. Weil Synchron machst du, glaube ich, nicht so oft. Doch, ich mach viel Synchron. Ja, ja, ich mach ganz viel Synchron. Und vielleicht ist man damals nicht darauf gekommen, weil man gedacht hat, dann verjüngt man vielleicht auch die Stimmen. Das könnte sein. Vielleicht hat man, also die Stimme jetzt von Miss Anderson ist ja nicht so, auch nicht ganz so tief. Und vielleicht hat man da einfach über einen langen Zeitraum gedacht und hat gedacht, wir nehmen da eine jüngere Stimme. Ich weiß gar nicht, wer es spricht. Also man kam nicht auf mich. Man kommt eher bei sehr schrägen, aber mittlerweile auch sehr schönen Projekten auf mich. Was synchronisierst du oder was hast du synchronisiert? Also als letztes habe ich zum Beispiel, gab es ja die Geschichte Ella Fitzgerald und da habe ich, Quatsch, Ella Fitzgerald sage ich jetzt, Aretha Franklin natürlich. Jennifer Hudson. Genau, und da habe ich die Mutter von ihr gesprochen und ich habe Penguin Bloom gemacht. Da habe ich die Mayuri-Frau gesprochen, auch mit Gesang und so. Also ich habe schöne Projekte und freue mich da immer. Ich bin Ursula, ich habe ein Casting gemacht für Ursula, Ariel. Für die Realverfilmung jetzt? Ich bin die, nee, nicht für die Realverfilmung, aber ich, wobei, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin die deutsche Stimme von Amerika aus abgesegnet und Deutschland von Ursula. Für die wird eine neue Serie geben oder was ist das? All das weiß ich nicht, aber ich kann sagen, Ursula tauchte mit einmal bei Mickey Mouse auf. Ah, achso, weil Ursula wurde ja im Original, jetzt kommt der Synchron-Nerd, ja gesprochen von Beate Hasenau. Genau. Die ja quasi auch so diese Tradition hatte. Absolut. Eine tiefe, angeraute, volumöse, weibliche Stimme. Aber Beate ist natürlich nicht mehr unter uns, weilt nicht mehr unter uns. Und ja, und dann ging es letztes Jahr darum, wer spricht Ursula und dann wurde ich also abgesegnet, was mich sehr gefreut hat. Ist das cool. Und ich mache so kleine Sachen, wie zum Beispiel bei Luca, da spreche ich die Oma ganz am Ende und bin dann verliebt, ich sitze dann davor, gucke mir das an und denke, oh, ist das schön. Und es gibt so eine Szene zum Beispiel, wo die beiden sind ja Fische, also Luca ist ein Fisch und Oma ja auch. Die Unterwasser-Oma. Genau, die Unterwasser-Oma, aber auch die an Land-Oma, aber unter Wasser gibt es so eine Szene. Und dann liegen die beiden da und schlafen eigentlich und sind so eingekuschelt in den Sand und dann sagt Luca irgendwie, Oma, Oma, Großmutter, Oma. Und du siehst so, hm? Und du denkst, die guckt so an die Wasseroberfläche von unten und der Oma. Und dann schnarcht die, also sie schläft mit offenen Augen. Und ich habe mich weggepippelt vor Lachen. Und das liebe ich, das liebe ich an dem Job. Und jetzt, das für mich ist auch gar kein Job, sondern ich werde manchmal geholt, so hey, kannst du mal eben für zehn Takes, sind es leider nur. Und ich so, ja, ich komme. Oder wenn ein ganz lieber Kollege anruft, dann sage ich, du, bei dir spreche ich auch eine Currywurst. Das ist vollkommen egal. Sprichst du lieber Bösewichtinnen oder lieber so Heldinnen, so wie Jane? Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde, alle Charaktere haben ja was Besonderes und Heldinnen oder Nicht-Heldinnen. Machen bösewichte mehr Spaß? Ich frage mal so rum. Ne, wir machen subtile Figuren. Also ich mag subtile Figuren, wo du nicht genau weißt, auf welcher Seite stehen die. Deswegen mag ich auch, bei Jane weiß man das natürlich, aber Jane hat ja auch dadurch, dass, wenn so bestimmte Dinge wie der Würfel ins Spiel kommen, oder so, verändert sich das ja auch. Und also das mag ich schon, dass ich auch im Moment darüber nachdenken muss, so wo bin ich denn gerade? Wie ist sie denn gerade? Ist sie jetzt ängstlich? Ist das emotional? Oder steht sie da drüber? Oder ist sie kühl? Also das mag ich sehr. So war Jane aber auch von Anfang an ja auch geschrieben von Jason. Also sie war ja auch immer eine sehr, ja, ambivalent. Also sie war halt auch, sie war jetzt keine, kein Burgfräulein, das gerettet werden musste, sondern sie stand ja für sich selbst und sie hatte ja auch immer so diese Beziehung, diese, also John und Jane hatten ja immer so eine On-Off-Beziehung quasi so. Da gab es auch immer sehr viel Eifersüchteleien und da gab es auch sehr viel Gebitsche auch mal zwischendurch, zwischen ihr und Glenda. Normalerweise frage ich ja immer am Ende des Podcasts, ist mein betreffender Talk-Partner diesmal eher Team Glenda oder Team Jane? Bei dir brauche ich es nicht zu fragen, weil ich weiß es. Aber jetzt hat Jane natürlich, seitdem du sie sprichst, auch eine ganz andere Wandlung jetzt gemacht. Und wir beginnen ja jetzt gerade durch Eisherz, jetzt wo Jane, Spoiler Alert, ihr Herz halt auch wieder quasi bekommt. Ich glaube, das wissen auch viele jetzt schon. Ja, die meisten wissen das schon, aber wir werden dann nicht so, wichtig ist einfach nur zu wissen. Sie ist wieder da. Sie ist wieder da und die Verbindung zum Würfel ist aber auch noch da. Und wir wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Weißt du denn schon ungefähr, wo es hingeht? Hast du irgendwie, weil ich denke mal so eine Sprechrolle, du bist ja Schauspielerin, du sprichst sie ja nicht nur, du spielst sie ja auch. Kann man da mehr reinlegen in so eine Figur, als wenn du jetzt so eine Rolle im Fernsehen oder im Film spielen darfst? Kannst du sie mehr prägen von dir aus? Also Jane ist ja in den letzten zwei Jahren nicht so häufig aufgetaucht, sagen wir mal ganz ehrlich, also dadurch, dass sie kein Herz hatte. Und ich habe mich dann selber auch in den Reihen etwas vermisst. Und für mich ist der Einstieg immer sehr freudig, also als ich jetzt im Studio sein durfte und bin aber natürlich nicht nur durch die Pandemie, sondern auch sonst spricht ja jeder für sich. Also ich treffe dann leider Dietmar oder Martin und die anderen Kollegen nicht, sondern sitze dann mit Dennis, was mir große Freude bereitet und versuche mich darauf einzulassen und auch zu hören, wie Dietmar das spricht, wie Martin das spricht, wie die anderen Kollegen, Erzähler und 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 die Sachen erzählen, sprechen, spielen und leben auch. Und das haben die anderen natürlich den Vorteil, dass sie das viel, viel öfter machen als ich. Und bei mir ist immer die große Hoffnung, dass ich nicht störe. Und auf der anderen Seite, dass ich die Tiefe genauso finde, wie ich das brauche für die Figur. Und gerade bei Eisherz, glaube ich, ist mir das gut gelungen. Das auf jeden Fall, ich habe es ja schon gehört. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist das Hörspiel noch nicht erschienen, aber ich kenne halt Leute bei Lübbel, deswegen durfte ich das schon hören. Du kennst Leute bei Lübbel? Ich kenne Leute bei Lübbel. Sag mal, wen kennst du denn bei Lübbel? Ich sage es dir nachher. Aber hattest du denn... Ach mir mal Kontakt. Nein, ich höre gleich nach. Da gucken Leute zu. Hoffentlich. Hattest du denn Sinclair vorher auf dem Schirm gehabt eigentlich als... Als Begriff ja. Also ich wusste, Sinclair der Geisterjäger, ich habe das nie gelesen, ich habe es auch nie gehört. Ich bin aber natürlich auch damals schon oder habe viele Hörspiele gemacht und habe immer wieder davon gehört und kannte auch. viele Kollegen, die das sprachen und immer wieder gebucht wurden dafür und fand das ganz spannend, weil es so für mich aus meiner Sicht so ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen schräg. Ja, ja, es geht um Vampire und... Was man mögen. Genau, Vampire muss man mögen. Man muss diese sehr, sehr ausgefallenen Geschichten, das muss man mögen. Und ich war früher nie so ein Fantasy-Typ, bin das erst später geworden. Und jetzt macht es mir natürlich riesen Spaß. Und ich habe gehört, meine Kollegen lesen nicht immer das ganze Buch, sondern nur ihre Figuren. Ich lese das ganze Buch. So, jetzt habt ihr es mal gehört. Warst du denn auch ein Hörspielkind? Weil ich kenne sehr viele, man spricht ja immer von diesen Kassettenkindern und ich habe immer das Gefühl, das waren sehr oft Jungs. Ich kannte halt auch ein paar Mädchen bei mir in der Klasse, die Hörspiele gehört haben. Aber hast du da einen Bezug zu gehabt, zu Hörspielen? Ich hatte einen Kassettenrekorder, das ist relativ früh. Ich glaube, wir haben, ich hätte jetzt gesagt, Annette Blyton, also fünf Freunde oder sowas, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe eher wenig gehört. Ich habe Radio gehört. Ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht einschlafen, wenn ich nicht das Radio irgendwie dudelte. Aber du bist mit deiner Stimme doch durchaus öfter auch im Hörspiel oder im Hörbuchbereich gebucht worden. Aber nicht als Kind. Nicht als Kind. Aber jetzt, als Cody McFadden ist... Smoky Barrett. Smoky Barrett. Ist das jetzt zu Ende eigentlich? Ist die Serie zu Ende oder geht es weiter? Ja, also wir haben drei große, also drei Vertonungen gemacht und es gab die vierte. Und die vierte war ja immer so ein bisschen schwierig, auch schon als Buch. Cody McFadden hat ja eine lange Zeit später erst dieses vierte Buch geschrieben, soweit ich mich erinnere. Und die Fans waren überhaupt nicht glücklich mit dieser Geschichte und mit dem Ausgang der Geschichte. Und wie Smoky Barrett, also diese Figur, sich verhält und was aus ihr wird. Und wir haben das nicht mehr vertont. Wobei ich eben große Freude hatte und es nur jedem, der auch Sinclair mag, ans Herz legen kann, sich diese Reihe anzuhören. Denn es ist zwar brutal, aber das mögen die Fans ja auch. Und es ist aber wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, sodass man sich graust, gruselt und dann so in diese, in die menschlichen Abgründe hineintauchen kann. Und wer das mag, ist bei Cody McFadden absolut richtig. Das ist schon harte Kost. Also dagegen ist Sinclair wirklich, ich sag jetzt mal easy listening, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber Cody McFadden ist, ja, es ist für harte Nerven. Also, dass du die toughe, die harte Ermittlerin und so weiter spielen kannst, das wissen wir. Aber jetzt wirst du ja bei Sinclair natürlich auch diese ganze, ja, ich sag mal so, dieses Melodramatische, dieses Romantische. Es ist ja immer noch irgendwas zwischen John und Jane. Und du hast es ja schon gesagt, du und Dietmar, ihr nehmt separat auf. Also das nennt man ja, glaube ich, nicht nur beim Synchron-Ixen. Das nennt man auch, glaube ich, beim Hörspiel-Ixen. Also Ixen bedeutet, dass jeder Sprecher für sich aufnimmt. Und durch die Magie der Technik und durch gute Regie kommt ihr dann zusammen. Auch durch gute Sprecher. Auch gute Sprecher natürlich auch. Die dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Wie schafft man es denn, da so ein Knistern zu erzeugen? Gibt es da irgendwie was? Wenn du sagst, du kennst Dietmar Wunder und magst ihn auch. Hast du seine Stimme im Ohr, wenn du das sprichst? Ja, ich habe seine Stimme im Ohr. Ich habe natürlich auch einige von den Sachen, die wir jetzt gemeinsam aufgenommen haben, gehört. Und ich bin aber auch, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ein großer Fan von Dietmar und Dietmars Stimme. Und ich fühle, also die Bücher sind ja auch toll geschrieben. Und ich fühle dann ungefähr, wie er das spricht. Wir haben ja zum Beispiel vorletztes Jahr das Live-Hörspiel gemacht. Wir waren ja live auf der Convention oder sind live aufgetreten. Und wir hatten so einen Spaß auf der Bühne. Und da hat man natürlich, also ich merke das heute noch, wenn ich darüber nachdenke, wie ich Dietmar höre, wenn ich aufnehme. Dann höre ich den so, wie wir das damals gespielt haben. Und ich sehe quasi John vor mir oder ich sehe John in den Situationen. Und das macht eine Heidenfreude. Und ich glaube, das hilft eben auch, die Situation schön erspielen zu können. Das heißt, du erschaffst dir selber auch eine Illusion, du siehst nicht Dietmar, du siehst John. Oder siehst du vielleicht jemand anders, vielleicht siehst du Daniel Craig vor dir? Ja, Daniel würde ich auch vor mir sehen wollen. Nein, ich sehe Dietmar. Also ich sehe Dietmar als John. Aber ich bin, also wenn man Dietmar und mich zusammensieht, würde man nicht sagen, wir sind ein Paar. Aber wenn man die Stimmen und die Geschichten von John und Jane, JJ quasi. Das wäre auch mal, das wäre ein schönes Spin-off, so Rosamunde-Pichler. Die Geschichte von John und Jane in Cornwall. In Cornwall, sehr gerne. Das dürfen dann nur nicht Dietmar und ich spielen. Das sieht dann ein bisschen unabhängig aus. Aber ihr seid dann vor Ort und sprecht dann die Rollen. Unbedingt, wir synchronisieren die. Ja, das wird dann von Englandern gespielt und ihr synchronisiert das. Ich fände das super. Und ja, und das ist wirklich eine ganz, ganz große Freude. Vor allen Dingen auch, weil man andere Farben haben darf, als man die von mir erwartet. Also diese, ich wünsche mir die Love-Story zwischen John und Jane zurück. Denn ich habe sie ja nie gehabt. Es gibt einige, die sich das wünschen. Ich kenne da ein paar Leute, die sagen, da muss mal wieder ein bisschen was passieren. Siehst du dich eigentlich als eine Art Vorreiterin? Denn wenn ich so denke an Hintergittern, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, aber ich denke, dann so eine Serie wie Orange is the New Black auf Netflix zum Beispiel, das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was ihr gemacht habt. Naja, die erste Vorlage waren ja die Australier. Und auch Orange ist ja Nachfolger aus der australischen Serie. Jetzt nicht abgekupfert, in Anführungsstrichen, mit der Vorlage von Deutschland, sondern alle haben ja bei den Australiern abgeguckt. Und Orange ist eine tolle Serie, für die ich ja auch Werbung machen durfte. Das heißt also, ich habe ja im Originalset in den Studios gedreht, tatsächlich Trailer für Deutschland, um die Staffeln hier zu bewerben. Und beim ersten Mal 2016, Ende 2016, ging es leider nicht, weil meine Mutter eine Herz-OP hatte und ich hatte ihr versprochen, an ihrer Seite zu sein. Und der Drehzeitraum wäre genau in diesen Zeitraum gefallen. Dann habe ich gesagt, ich mache das nicht. Und dann hat man in Deutschland ein Set nachgebaut, das fand ich so zauberhaft und liebevoll. Das war die Firma Granny und die haben wirklich das Hintergitter-Set nachgebaut, um mich dort drehen zu lassen. Und ein Jahr später passt das dann aber. Und dann bin ich wirklich nach New York und habe mit den Originalkolleginnen gedreht. Und dieser Spot, den wir gedreht haben, der ist ja viral gegangen. Der hat ja, ich glaube, innerhalb von, keine 24 Stunden wurde der über zweieinhalb Millionen Mal angeklickt und ist in Deutschland ziemlich durch die Decke gegangen. Jetzt muss ich mal Markus Lanz-mäßig nachfragen. Kathi Karrenbauer, was macht das mit dir, wenn du so als Markenbotschafterin gefragt wirst? Markus, ich hätte mir gewünscht, dass man meine Qualität erkennt und mich in die nächste Staffel einbaut. Vielleicht wäre das sogar so gewesen. Aber es war wirklich die letzte Staffel, für die ich dann in New York diesen Trailer gedreht habe. Und ich bin traurig darüber, weil die Fans haben Orange is the New Black wirklich geliebt. Genauso wie sie Hintergittern geliebt haben. Und hier muss man auch dazu sagen, für mich ist das zwar Vergangenheit, weit zurückliegend. Im November 2006 haben wir aufgehört zu drehen. Das ist nun mal 15 Jahre her, fast 16 Jahre. Aber durch die ständigen Wiederholungen, ja, man montags RTL Plus. Und ich dachte neulich, ich könnte endlich mal das Ende sehen. Das Ende, ich habe das, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Und dachte, ja, okay, heute Abend guckst du mal fünf Folgen und dann den großen Showdown von Hintergittern. Da schalte ich an, da hatte ich einen Montag scheinbar verpasst und war schon wieder bei Folge 3. Also, es wird schon wieder wiederholt, weil die Fans einfach immer noch da sind. Und so sind auch so neue Generationen rangewachsen. Also ich werde nächstes Jahr 60, sagen wir mal ganz ehrlich. Und habe mit 34 angefangen, Hintergittern zu drehen. Und jetzt ist so eine Generation da. Die Eltern haben damals geguckt, die Mütter vor allem. Ja, und jetzt kennen mich auch schon wieder die 6- bis 20-Jährigen. Und viele kenne ich natürlich auch aus Filmen, aus internationalen Produktionen. Jetzt muss ich mal wieder den Markus Lanz machen. Ich habe mal mit Götz Otto zusammen drehen dürfen. Du? Ja, ich war sein, wir haben einen Pommes, da bin ich drauf, da bin ich drauf, okay, pass auf. Wir haben einen, ich war ein Pommesbudenbesitzer und er war mein Assistent, also ich war sein Chef. Was natürlich die Idee war, der Kleine und der Große und Götz und ich haben es sofort super verstanden. Und dann haben wir zwischendurch mal gesimst und er schrieb, du, ich drehe gerade mit den Wachowskis und Tom Hanks und Kathi Karrenbauer. Und ich so, was, was machst du da? Er hat mir aber auch schon mal geschrieben, ich drehe gerade einen Film über Nazis auf dem Mond. Das habe ich ihm auch nicht geglaubt, das stimmt aber auch. Und du bist tatsächlich zu sehen in Cloud Atlas. Ja, tatsächlich. Wie ist das passiert? Cloud Atlas, Tom Hanks, Susan Sarandon, Hal Berry, also da ist man gern dabei, kann ich sagen. Hugo Weaving. Hugo Weaving, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Ja, die Wachowskis, natürlich Tom Tick war. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Trier, ich habe ja ganz, ganz viel Open Air auch gespielt und liebe das. Und die Trierer Festspiele, da habe ich die Amazonenkönigin gespielt, Hippolyta und das waren dann immer so drei, vier Tage, aber so zwei, drei Wochen Proben. Und in dieser Probenzeit bekam ich die Anfrage für Ex-Woman. Und dann dachte ich, Ex-Woman, ja, was soll das sein? Und habe mir das dann angeguckt und es gab eigentlich auch nur zwei, drei Sätze auf Gälisch. Und dann habe ich gedacht, okay, Tom Tick war, oh wow, alle Superstars dabei, würde ich gerne machen. Da ging es aber nur um das Casting. Und dann habe ich überlegt, wer kann denn jetzt Gälisch? Und ich fand niemanden, der Gälisch kann, weil Gälisch, also irisch-Gälisch ist echt eine Hausnummer. Da werden ganz, ganz viele Vokale und Laute weggelassen und so. Ich wollte es aber gut machen, also Casting, so. Und dann habe ich gedacht, okay, Ex-Woman, ja, die wird nicht nur Scarface Ex-Woman sein. Die sind so eine Superhelden eigentlich von den Avengers oder so. Ja, irgendwie, keine Ahnung, also ich sah irgendwie Schwertkampf und da ich das ja gerade live auf der Bühne machte, als Amazonenkönigin, habe ich dann meinen Kollegen Herkules dazu gebeten. Und wir haben tatsächlich einen, weil man von mir eben auch wusste, dass ich meine Stanz ja auch meistens selber machte bei Hintergittern, soweit das möglich war. Also bis auf die harten Treppenstürze und unterm Auto mitgerissen werden und so, machte ich vieles selber. Und ja, und dann habe ich mit dem einen Schwertkampf gemacht und dann dachte ich, oh Gott, Schwert, drei, vier Kilo, das dauert mit den Riesenbewegungen und so. Und dann dachte ich, oh, das ist ein bisschen langweilig, sieht auch aus, als wenn man jetzt hier gar nichts macht. Und dann musste ich mich vorstellen und hatte dann, hatte mir die Casterin, hat mir das dann vorgesprochen, wie das auf Gelisch ausgesprochen wird. Die zwei, drei Sätze, so. Und dann habe ich mich selbst gedreht und hatte dann eine tolle Kamera, eine RED tatsächlich, weil der Werber, mit dem ich das machte, den hatte ich morgens angerufen und habe gesagt, pass auf, was hast du heute vor, ich brauche die RED. Und er so, nee, ich drehe heute. Ich so, nee, wir drehen heute, ich brauche die RED. Wir müssen das bei dir machen. Nein, ich hatte, ich habe keine Zeit. Ich so, ich sage nur, Tom Hanks, Susan Sarandon, Hal Berry, was sagst du jetzt? Und er so, okay, ich sage alles ab, du kriegst die RED. Und so drehte ich da diesen kleinen Einspieler. Dein eigenes Casting-Video. Mein eigenes Casting-Video, dann haben wir da Musik drunter gelegt, noch schnell, dann musste das weggeschickt werden per MP3, war und so. Und ich dachte, ich bin total am Start. Und dann sagte mir die Casterin, du, also pass auf, das wird dauern. Das dauert da immer sehr, sehr lange, bis entschieden wird. Rechne mal so mit drei, vier Wochen. Ich so, ja, okay, üblich. Nächsten Tag, du hast die Rolle. Ich so, Moment, ich war unvorbereitet. Und das wiederum kam dadurch, dass man sich dieses Video überhaupt nicht angeguckt hat, sondern jetzt, es gibt eine Stunt-Crew in Berlin, die das machte. Und die wussten natürlich, was da zu drehen ist. Und zwar eine Riesenschlägerei. Und Michael, einer der Stunt-Leute, der war bei Hintergittern 20 Jahre gefühlt, aber eigentlich nur 10 Jahre, war mein Stuntman. Wir waren ähnlich groß. Der machte alle Stunts, nicht nur für andere, sondern auch für mich. Und Michael hatte gesehen, dass ich auf der List war, auf der Casting-List, und hatte sofort gesagt, die Karrenbauer macht das. So. Und jetzt kam ich nach Berlin und war, irgendwann waren dann endlich so, ah ja, die ersten Gespräche. Und dann traf ich auf Hugo Weaving und Jim Sturgis, die ich beide verehrte zu dem Zeitpunkt schon. Als großer Matrix-Fan natürlich, aber auch Jim Sturgis. Ich liebe diesen Typ, weil er die Romantik-Komödie natürlich mit Anne Hathaway und so. Zwei an einem Tag. Also, ah, I fell in love. So. Und die dachten aber, glaube ich, ich wäre eine Stunt-Frau. Also es war so, hey, Katie, hey, hey, Hugo, hey, wawawawaw. So. Und dann hieß es, die beiden gehen schon mal runter, sollten zum, äh, zum Set gefahren werden und, äh, also Wagenburg und dann so. Das war in Babelsberg dann wahrscheinlich, ne? Bitte? War das in Babelsberg oder in Berlin? Nee, nee, nee. Also unterschiedliche Orte. Okay, ja. Wir haben ja, ich habe mit denen zusammen in Charlottenburg gedreht. Und die Wagenburg war da in der Nähe vom Funkturm und, also zu dem Zeitpunkt. Und, äh, ich hätte es nie vergessen und die mussten auf mich warten. Also, hier, das Training war in Babelsberg natürlich und dann haben wir so kleine Stuntproben gemacht. So, und dann hieß es irgendwie, nee, die warten auf dich. Und dann stand da unten ein Jaguar, schwarzer Jaguar, getönte Scheiben und diese beiden zauberhaften Kollegen, ich meine, Entschuldigung, wir reden hier von Weltstars, warteten auf mich. Ja, Katie, are you coming? So, und ich so, ja, sorry that you had to wait. Und die so, nee, nee, überhaupt kein Problem und so, klar, und jetzt gehen wir erst mal was essen. Und dann kam ich zu meinem Trailer, der war mindestens genauso groß wie der von den anderen. Und da sind die Amis einfach so weit vorne. Du bist nicht irgendwer, auch wenn du nur eine kleine Rolle hast, sondern du wirst echt ziemlich gut behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann hatte ich auch meinen Trailer und stand neben Hugo. Und als wir dann gedreht haben, ist meine absolute Lieblingsgeschichte, die darf ich heute mal erzählen. Hugo war morgens um vier Uhr schon in der Maske, weil er spielte Nurse Noakes. Und das war eine Krankenschwester, also er spielte eine Frau in der Szene mit mir. Und dadurch, dass er morgens schon diese Gummimaske bekam und sich dann den ganzen Tag quasi gar nicht mehr bewegen durfte, schwitzte natürlich auch. Und der liebte das, zwischendurch mal zu rauchen. Jetzt reden wir ja nicht über pandemische Zeiten. Also wenn ich, ich rauche ja auch und rauche auch viel. Und ich rauchte und Hugo kam und sagte, hey, Klee. Und ich so, ja klar. Und dann Zigarette gemeinsam geraucht. Und dann sagte er mit einmal, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, er sagt, hey, spielst du eigentlich noch andere Rollen? Weil ja klar war, dass alle die Hauptfiguren spielten ja mindestens fünf oder sechs unterschiedliche Rollen. Das ist ein sehr, sehr, wer nicht kennt, Cloud Atlas ist ein sehr, sehr, sehr komplexer Film. Sehr spannend. Galt lange als unverfilmbar, ist auch, glaube ich, über drei Stunden lang. Also man muss sich wirklich die Zeit nehmen. Ich finde, es lohnt sich aber sehr gerade. Durch alle Zeiten und sehr schräg. Er ist eher für Fortgeschrittene. Ja, ist für Fortgeschrittene, genau. Ist aber jetzt ein paar Mal schon gelaufen. Aber auf jeden Fall sagt er, dann drehst du noch einen anderen. Und ich sage, nein, leider nicht. Und er so, what a shame. Und what a shame war so, ach wie schade. Ach, das ist ja, wie doof. Und das war so toll. Und ich habe ihn dafür geliebt. Und ja, hatte eine gute Zeit. Zwei, drei Tage. Jetzt bist du ja im Bereich Horror gelandet. Also Grusel, sagen wir mal, bei John Sinclair. Da kanntest du dich aber auch schon vorher mit aus. Denn du hattest auch eine Rolle in dem Erfolgsstreifen. Hai-Alarm auf Mallorca. Aber das war kein Grusel. Das war kein Grusel. Hai-Alarm auf Mallorca. Ey, wie lustig. Du bist vom Spoiler-Alert. Du hast sogar eine Begegnung mit dem Hai gehabt. Ja, ich wurde sozusagen von ihm gefressen. Aber ich bin ja auch die Wissenschaftlerin, die ihn erfunden hat. Das ist ja dann logisch in so Umfällen, natürlich, klar. Aber ja, mit Ralf Möller zusammen. Und ich war auch da. Da waren alle dabei. Da war Ralf Möller dabei. Da war Ottfried Fischer dabei. Da war Janett Biedermann dabei. Ja, großartig. Das war auch so ein Spaß. Vor allen Dingen wurden wir ja mit einem Schild auf Mallorca abgeholt. Hai-Alarm auf Mallorca. Und die Leute dachten, die ja aus dem Urlaubsflieger kamen, die dachten ja, Hai-Alarm auf Mallorca. Scheiße, scheiße. Und rannten zum Eye-Point. Zum Informationspunkt. Und dabei waren das nur die Abholungen von uns. Ja, dann auch wieder Stunts selber machen und so. Und dann mussten wir aus der Drei-Meilen-Zone raus. Dann gab es diesen Stunt, wo ich über Bord gehe. Und meine Kollegin mich festhalten musste. Und ich weiß noch, dass wir rausfuhren. Ich sah so eine Gruppe Delfine draußen und dachte, hoffentlich kommen die Delfine nicht, wenn ich ins Wasser falle. Aber je mehr wir rausfuhren, oder je weiter wir rausfuhren, umso döver war mir. Und ich machte den Stunt ja selber das Boot. Keine Ahnung, fünf oder sechs Meter musste ich fallen. Und Maschinen wurden nicht ausgemacht. Wir hatten See. Und ich dachte so, wenn ich jetzt runterfalle, und da bin ich sofort mit den Berechnungen immer dabei. Ich falle runter. Ah, das Boot. Welche Windrichtung haben wir denn? Das Boot wird über mich kommen. Ich komme hoch. Ich bin unterm Boot. Die Schiffsschraube ist hinter mir. Ich bin tot. Gemetzel, Gemetzel. Also das sah ich alles vor mir. Und wenn dies nicht passieren würde, würde ich reinfahren. Die Delfine würden kommen, weil sie mich vor dem Hai retten wollen, den ich ja nur spielte im Übrigen. Und ja, ich hing und das dauerte ewig. Und ich schrie immer, nein, nein, Hilfe, lass mich nicht los. Lass mich nicht los. Und immer mehr kriegte ich das Gefühl, mich frisst gleich wirklich ein Hai. Und als ich dann auf drei, zwei, eins ausgeklingt wurde, was furchtbar war für mich. So klack, du siehst mit einmal so, du wirst losgelassen, aber eigentlich wirst du ja nur ausgehängt. und dann ging es abwärts und ich dachte, jetzt sterbe ich, jetzt bin ich tot. Und dann fischte man mich raus, es war nichts passiert. Die Szene war im Kasten, alles war super gelaufen. Und es war ein großer Spaß. Method acting at its best. Kathi, wir freuen uns wahnsinnig auf viele, viele neue Folgen mit dir als Jen Collins und auf schönes Geknistere mit John oder mit Dietmar und viel Action auch, denn das ist jetzt ein Funfact für euch, liebe Sinclair-Fans, auch in den John-Sinclair-Hörspielen macht Kathi Karrenbauer ihre Stunts selbst. So ist es. Und damit, schönen Tag noch. Bis bald. Angenehmes Gruseln. Es war toll, Kathi. Wir müssen das nochmal machen. Unbedingt. Wir haben so viel zu erzählen. Es gibt so viel zu erzählen. Wir haben so viel zu erzählen. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020